Moin Moin und willkommen zurück zu A-Tails Requeam, wollte ich gerade sagen. A-Tails Requeam und wir befinden uns immer noch auf der Flucht. Wir wollen ein Boot haben und wir hoffen natürlich, dass wir es jetzt bekommen. Ugo ist auch langsam wieder normal, nicht mehr ganz so apathisch. Schauen wir doch mal. Ja, wir retten aber noch Arnaud, der wir gerne gerettet werden bzw. den müssen wir retten, weil Ugo das gerne möchte und dann machen wir das natürlich auch gerne. Lass mal schauen, ob wir hier durchkommen und die killen können, ohne dass wir großartig was machen müssen. Aber wir können ja auf jeden Fall löschen. So können wir ja auch seins löschen oder sein Feuer, ne? Jetzt wüsste wo er ist, aber dann kommt er hin. Wusste noch das mit dem Rand was nicht stimmt. Muss leider sein. Geht die anders. Hier ist Licht genug. Schlecht für ihn war es natürlich trotzdem. Oh, hier. Ein Topf. Ein Topf. Natürlich eine coole Brandbombe. Hier kommen wir glaube ich nicht einfach so durch. Da will er schon. Da war noch was. Mal nachsehen. Dann ist er auch weg. Die ist nicht durch. Wir haben ja leider nicht, wie heißt sie, aber wir können was anderes machen. Ein bisschen Futter irgendwo hinschmeißen. So, dann geht's durch. Gehen wir noch mit an den Bolzen. Hier sind keine Ratten, die können sogar hinziehen. Oh, da ist einer, ein dicker. Oh, ein Ratten draußen? Nee. Ich hoffe, Sophia lebt noch. Ich würde gern mal jemanden kennenlernen, der uns nicht umbringen will. Das stimmt. Das wäre mal ganz angenehm. Ihn können wir, glaube ich, ihn können wir locken. Und zwar... Das habe ich nicht gehört, aber er kommt eh zurück. Also wir bleiben kurz hier stehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn locken muss überhaupt. Vielleicht eiert er auch da automatisch selber hin. Ah, fast schon. Oh, warte mal. Das muss man anders machen. Woher kommt dieses Geräusch? Wer hat da gezündelt? Gucken, wo die Längs gehen. Auch ganz wichtig. Egalen. Wir haben Besuch! Augen auf! Ist er! Hier versteckt sich jemand! Sucht ab! Da ist auch einer. Den können wir mit einem Stein töten. Na los! Na los! Ganz ruhig! Wir schaffen das! Es schmeckt gut, dass wir die alle weggeflankt haben hier. Oh, da ist noch einer da hinten. Der ist ein bisschen stärker. Das ist einer, dem müssen wir die Rückmung abnehmen vorher. Oder wir müssen hier runter locken, dass die Diesel nicht gefallen wird. Ich weiß nicht, was ich hier sieht, wird er wahrscheinlich kochen. Können wir ihn jetzt aber auch ausspachen. Können wir ihn, glaube ich, nicht so recht hierher locken. Aber man muss einmal hier diesen Weg dahin her holen. Ist er schon aufgeplatzt hier? Oh, okay. Dann schauen wir nicht von hier. Wenn wir hier längst gehen und gucken, wo wir hinkommen. Gut, mach ich mal auf. Gibt ihr euch nochmal eine Bombe bekommen? Also, eher weniger eine Bombe, ne? Eher weniger. Wir müssen dann gleich von hinten einmal die Rüstung zerstören. Müssen wir von hinten machen, weil wenn ich jetzt von vorne angreife, dann kommt er auf den Zug ran. Der ist ja trotzdem ein kleines Gewicht hin. Dann warten wir noch kurz ab. Dreh dich, du Affe! Du schießt auf mich! Fein! Wusste ich's doch! Okay. Gucken wir mal, ob ich ihn herlocken kann. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Kommt aus! Wir warten kurz hier. Ob die anderen kommen. Was für welche das sind doch, ne? Mal schauen. Wir haben Glück und wir können hier auch irgendwie ausschalten. Einen Bolzen habe ich noch. Ich kann auch so eine Bombe da werfen. Kann ich die aber auch anders auslöschen. Was ist denn da? Was ist denn da? Warte. Du greifst mich an! Du greifst mich an! Was ist denn da? 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 Warte? Warte! Noch ein Weg, wo wir das machen können. Was ist denn da? 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 Wie erledigt? Ich hoffe es ist nicht so weit hinten wieder anfangen. So, da ist das Spiel einfach mal abgeschmiert. Ich fange einfach wieder, nicht von vorne, aber ich habe einen kurzen Schnitt gemacht, damit wir direkt hier weitermachen können. Wie ihr seht sind wir jetzt hier. Und... Hugo! Bitte bleib bei uns! Ich bin hier! Dann... Bleib! Wir müssen das jetzt nochmal machen hier. Komm mal runter hier. Wir müssen uns auf jeden Fall nicht sehen. Jetzt ist die Frage, wie wir die killen können da, ne? Da drüben ist er schon mal ein schwieriger Kandidat wieder. Okay, ich habe mit Gift abgeschossen, das wollte ich gar nicht, weil ich einen normalen Schuss abliefern. Aber egal. Mit Gift geht auch. So. Eher der Riese da. Oh! Hier können wir ihn ja schon mal das Licht ausfüsten. Hey! Alles in Ordnung? Und? Hier ist doch mal ein Kerl. Ach. Ich frage aber, wer hier rüberkommt, ne? Macht das nicht so, na komm die schon wieder! Was sieht er uns, wann kommt ihr hin? Weiß ich nicht. Weiß das ihr hier irgendwo seid? Komm mal! Ich will jetzt hier hier irgendwo sein. Ja, die sind ja auch hier irgendwo. Aber eigentlich wollten die dich gerne... Aus... Äh... Schalten. Dann haben wir auch einen Hauptschuss. Da ist ja nicht frei. Aber egal. Ich weiß nicht, ob er hier ganz rüberkommt zu uns. Achtung! Achtung! Nein, Dringlinge! Bleib wachsam! Was ist mit dir? Hey! Kannst du mich hören? Ich bin hinter der Mauer stecken kurz. Oh! Wir müssen den Mörder das Handwerk legen! Ich glaube, wir müssen einmal außen rum und hin zu denen doch. Anders können wir die gerade nicht äh... killen. Wer hat da noch was fallen gelassen? Das ist einmal gemein hier. Okay. Alkohol. Alkohol ist immer gut. Alkohol. Mal gucken, welchen Weg wir am besten gehen können. Hier ist noch mal die Kiste. Oh, hier ist noch ein Ding. Na um mit. Na um auf. Hätten wir auch hier unten links gehen können. Okay. Hätten wir auch hier unten links gehen können. Okay. Hätten wir auch schleichen können, aber das ist jetzt auch egal. Ne, lass mal hier hoch. Komm, hoch mit dir. Mal gucken, ob wir den Typen das Handwerk legen können. Mit unseren... Mit unserer Mega-Waffe. Was? Warte mal. Sie sind hier! Ergreift sie! Sie haben uns! Ich sehe sie nicht mehr! Ah! 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 Verbrennt auf jeden Fall. Schon mal gut für uns. Ich glaube, es kam noch ein Dicker. Ich weiß es nicht mehr. Wenn noch ein Dicker kommt, müssen wir auch die Rüstung wegschmeißen und dann noch mal ihn verbörnen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sicher. Ach komm. Na ne, ist ein normaler. Okay. Zwei Pfeiler habe ich noch. Ich will eigentlich auch nicht alles verballern, aber... Warum nicht, denke ich mir, ne? Ah! Ich will schon wieder Feuer benutzen. Will ich gar nicht. Ich glaube, ich bin eingelassen. Der Anlass. Oh, das ist schon dumm vor mir. So. Ah, da kommt noch einer. Oh, da kommt noch einer. Warte, zurück, 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 zurück. Kommt noch einer. Uah! Das muss der Dicke sein, der Zweite, ne? Und wir bleiben noch ein bisschen hier. Ah, hier drüben nicht. Direkt da. Dann kommt hier hoch. Dann hauen wir den mit der Schleuder hinten. Das rückending weg, wenn das geht. Und dann verbrennen wir ihn. Ah, ist noch so einer. Ich weiß nicht, ob er direkt auf uns zukommt oder woanders hingeht. Das ist die Frage. Kommt direkt auf uns zu. Na ja, guckt noch. Gibt uns ja nicht. Ausweilen! Findet sie! Okay, wir machen mal den. Stein ist auf jeden Fall... Halt! Oh. Mach mal das. Wie viele Wachen kommen denn da? Was ist denn das für eine Wache hier? Mal gucken, wie der aussieht. Ach so ein Herr und Pei, ey. Ist er! Ach so ein Herr und Pei, ey. Na, der ist tot. Tod! Aus dem Mörder mach ich klein und... Glaub ich nicht. Ja. Reingelassen. Gut. Jetzt haben wir, glaube ich, ein halber Dorf hier erledigt. Jetzt habe ich auch keine Waffen mehr und nichts. Die sind auch nicht so cleverer hier, ne? Gehe ich ja zu. Ob hier noch irgendwas zu finden ist? Was wir einsammeln können? Nein. Ah ja. Jetzt haben wir wirklich viele Kirche. So viel dürfen wir gar nicht mehr üblich sein, oder? Wollen wir noch ein? Nein. Aber hier liegt das. Werkzeug, Sachen und andere Waffen. Mal reingucken nochmal. Wir müssen alles absuchen, weil wir ein paar Sachen brauchen wir noch. Wir haben gar nichts mehr. So ein Waffen ist alles... Okay, wir haben noch so eine Brandbombe, aber... Aber wäre schon cool, wenn wir noch ein paar mehr Sachen brauchen würden. Ich glaube, er längst nicht mehr. Ja, aber... Ah, das ist noch ein Bolzen. Gucken wir mal mit. Wenn noch irgendwo eine Wache ist, wie das kann. Hätten wir jemanden locken können? Ne, das ist eine Truhe. Oh, eine Riesenruhe. Okay. Gucken wir mal rein. Ah, Städte. Hier kommen jetzt keine Ratten hin. Die Tür kriegen wir nicht einfach so auf. Das ist auch nichts. Und weiter. Kann man was bauen? Oh, hier. Aufwertung. Was haben wir denn da für eine Aufwertung? Amica kann dank einer neuen Internation zusätzliche eigentlichen Zutaten tragen. Das ist gar nicht so schlecht. Was war denn hier das Letzte? Hier steht, Amicia kann... Hoch... Hochfestes Wechsel werden, um hier raus zu kostenlos aufzuwerten. Auch ganz cool. Wir warten mal kurz noch mal ein bisschen ab. Warten mal ab. Warten mal ab. Hier längs? Hier längs? Noch ein Kistchen. Ok, ähm... Also irgendwie scheint mir jetzt gerade... ...nur kurz welchen Weg wir gehen sollen. Weiß ich, das wollt man nicht. Das sind ja keine Rappen, aber es sind auf jeden Fall viele Kisten, als ob man sich aufrüsten soll für den letzten Kampf sozusagen, aber ich glaub nicht, dass es der letzte Kampf ist. Das ist die Wahrheit, das ist natürlich schade. So, nicht hier oben, längst genau irgendwo, ne, da waren da, da, ne, wo geht's denn längst? Na, das sehen wir aber, da muss man wahrscheinlich irgendwo runter, ne, ah, der gründet jetzt weiter durch. Krabbeln? Ja. Ziemann tippt hoch, dann krabbeln wir durch. Sehr gut. Okay. Kletter hoch. Ist das Lockenturm gewesen hier? Oder wer war da hinten? Ich weiß das noch nicht. Ach ja, wir wollten den Typ noch befreien, ich dachte, jetzt kommen wir erstmal zum Boot, aber wir haben ja noch vor, den Heidia zu befreien. Ja, da geht den Lenklazen zurück. Töte ich sie alle! Das musst du nicht. Wir holen ihn da aus, und Sophia auch. Er ist ganz geil eigentlich, der Junge zwischendurch. Ja, da haben wir nichts für, ne? Achso, brauche ich gleich gucken. Gut, dann an die Arbeit. Ne, ne, wir machen das noch nicht. Wir warten noch bis wir ein paar mehr Materialien haben. Also hier war jetzt einfach nur so, gehen wir hier oben wieder raus. Halt! Die Pfeil nehmen wir mit. Hoch! Aha! Hä? Also langsam sind wir echt die Killer geworden, ne? Muss man ja auch sagen. Erst noch was. Ja, für die Materialien. Den haben wir jetzt noch. Wie viel brauchen wir denn für den hier noch? Wir brauchen auf jeden Fall, ach, noch sieben Materialien und ein, äh, Repervationswerkzeug. Hier geht's runter. Halt, halt, halt. Das sieht so verlockend aus, dass hier irgendwas sein könnte. Ah. Was ist denn das? Ein Messer, äh, für Werten machen wir. Da haben wir wahrscheinlich noch einen Werten. Oh, guck mal. Zwei Materialien. Fehlen nur noch fünf. Die haben wir gerade eingesammelt. So, jetzt fehlt uns noch nur noch. Ein solches Werkzeugteil. Okay. Gut, gut. Da geht's rein. Hier geht's auch durch, hab ich gerade gesehen. Es sah so aus, als ob man da irgendwo rein konnte. Oh, ne. Ah, es passiert doch gleich was. Es ist irgendwie zu lange jetzt nichts passiert. Es ist da nichts passiert. Seht ihr, Leute? Das Schwein Kunst gar nicht mehr. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Der Mann, den man den Fall nennt. Ja. Wir müssen ihn retten. Auch wenn er es nicht verdient. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Wir müssen da hoch, ne? Oder sind wir gerade runtergesprungen? Nee, wir sind von da runtergesprungen. Das ist ein bisschen da. Glaube ich. War ich glaub schon. Komm, hoch mit dir. Und hepp. Ja. Ja. Da kommen wir nicht hin. Da können wir auch nicht aufmachen. Uns fehlen die Dietrich hier dafür. Oh, gut. Na, wie trimmst du den Heizband an? Ist das der Fall? Na, sie sehen aus wie ein Haufen Scheiße. Hier geht alles vor die Hunde. Zur Hölle mit dem Henker. Scheiße, ja. Der Bastard hat meine Kameraden getötet. Leise. Es ist kalt. Der stirbt schon klar. Gehen wir näher ran. Unziemlich. Viel los. Da stehen Krüge mit her. Direkt neben ihm. Jetzt, Demisian. Tu was. Mach ich. Gerade? Sei still. Wir bringen dich hier weg. Oh, Mann. Da, die Schindler. Sie hat den Zoo. Nehmt ihr den Zoo weg. Bleib bei mir. Vertraue ihr, Hugo. Das ist nicht nur für uns. Der Zoo gehört der Welt. In unserer Zukunft. Kennst du dich? Du bist der Firm dieser Welt. Was laufen hier? Was hier von hinten kommt? Du Dreckiges Miststück. Unserer Gräfung bei einer Niederin des Lichts. Und du hast sie erfordert. Sie ist gestorpt, weil Sie die Wahrheit nicht hiniger! Der gerendiert! Zu mir! Ich brauche niemand sofort bei dir! Er kommt noch mehr! Komm schon! Komm schon! So, ich hab noch mal abgeholt. Da haben wir noch einen Bruch? Okay. Okay. Ah, können wir noch hinlaufen zu dem hier. Wo er hinkommt. Oh, er kommt zu dich. Ah, warte. Das war dumm. Nein! Das war nicht die Idee. Äh, da. Ja. Ist Ina irgendwie von hinten? Ist auch nicht. Ich weiß ja nicht genau. Ich weiß ja nicht genau. Ich weiß ja nicht genau. Aber ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie er sich mit ihm aufmachen kann. Los! Tötet das Mädchen! ich blende ihn ok wenn du ihn blendest, drehe ich einfach ok dann, cheesie ihn ab da kommt noch so ein high up high du schaffst es ja 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 nein oh fuck Willst du den ganzen Abschnitt nochmal neu machen? Da hab ich jetzt nicht so viel Bock drauf, aber es muss anscheinend sein. Ah, okay. Der kommt von da. Laufen wir hier. Ich bin ein Bruder, aber ich bin ein Bruder. Okay. Ein Bruder, okay, ich bin ein Bruder. Anzeiger fertig! Was mache ich hier denn gerade? Gute Frage! Da passt doch gar nichts. Hier steht das Schild einfach rum. Ach, kann ich gar nichts bauen mehr. Doch warte, ich kanns, ich kanns bauen. Warte, hinlaufen kurz. Ja, warte. Oh! Steh auf! Warte laufen. Ah ok, waren zu viele. Ok, aber ich glaube ich habe eine Idee, wie es am besten geht. Mal gucken. Ich glaube ich kanns bauen. Ich brauche niemand sofort bei mir! Da kommen noch mehr! Entfort euch den Zug! Geht raus! Halt durch Amicia, du schaffst es! Ja! Oh, es ist cool! Ich bin hier raus! Das mag ich hier gerade! Gute Frage! Was ist richtig? Oh! Hier ist geblendet! Es ist ganz, einfach gewählt. Er hat ein Ohr, das hat mal raus. Der Mann hat nichts passiert! Er ist unsere Rettung! Ah, genau! Zeig ihm, wie nutzt du die Schild? Warte! Auf, lauf, lauf, lauf! Wir wollen auch kurz hier, machen wir schon vorher. Das war dumm. Okay, verbrennen nicht leider, wenn er noch anderes am Ding hat. Ich muss ihm jetzt die Rüstung runterhauen. Okay. Warte! Kannst du nicht blenden da irgendwie? Oh, warte. Jetzt aber. Da wird schon ein bisschen härter jetzt. Kannst du dann bergen, oder? Da ist ein Bogenschütz da oben. Okay, das ist okay. Oh, komm schon! Oh, komm schon! Wie konnte ich den denn noch... Der war ja wirklich hart. Ein harter Kampf gerade. Aber ich habe die anderen eine ganz coole Idee. Ich bin jetzt nicht. Oh. 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 Oh, ich bin jetzt schon lecker vorhin. Oh. Oh, die war schon lecker vorhin. Oh. Ah. Gehen wir vorbei bleiben. Ist nicht blöd. also leicht Oh, wir haben auch einen Weg gemacht. Okay, bringt gar nichts. Aber... Ich kann mal die Jetser hinbekommen. Hey, das war noch nicht. Hier, hier. Wie geht es, Freude? Ja, stimmt. Okay, das macht gut sowas. Okay, gut, dreht mal wieder durch. Gut. Dann muss ich runterholen dann. Aber wie? Ich kann gar nichts machen. Dann wird Ugo gehen. Es ist vorbei. Geschafft, Ugo. Ja, atme durch. Beruhig dich. Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja, bitte. Na los. Na gut, also dann komm mit. Ugo meinte, es wäre seiner. Das ist einer. Symbolisch hackt der Galgen dort noch. Sophia geht's auch gut. Sophia! Hat ja ganz schön gedauert. Kommt an Bord. Du machst eine Pause. Wartet. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werd dann mal. Du, komm. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. Krass. Das ist schon was anderes, ne? Oh, welches Kapitel kommt jetzt? Kapitel 14. Heilende Wunden. Das hat sie gerade aber gesprochen. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Also, der Graf kommt auch noch. Ich kann jetzt mit den Leuten reden. Na gut. Frische Luft. Reden tun wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und bis dahin. Ich verstehe er призweiler... Vielen Dank.